Ich bin Manuela Starkmann und du bist bei meinem Podcast Lebe Deine Klarheit heute mal mit was ganz anderem. Ich wollte ja schon immer mal eine Lesung machen. Ich meine, ich habe 2016 drei Bücher geschrieben und veröffentlicht. Und ich lese total gerne vor. Ja, aber also entweder muss ich mal eine Lesereise organisieren oder du, wenn das was für dich ist, fällt mir gerade so spontan ein. Aber dann dachte ich mir, ich habe einen Podcast. Dann sitze ich halt leider nicht mit Menschen zusammen im Raum, die dann vielleicht noch Fragen haben oder die sich untereinander austauschen mögen, sondern ich sitze vor dem Mikro und mache dennoch das Gleiche und bekomme halt nicht direkt die Resonanz. Vielleicht bekomme ich ja als Feedback von dir eine Resonanz bei iTunes. Ehrlich gesagt am liebsten das Fünf-Sterne-Feedback und auch super gerne nicht nur die Fünf-Sterne, sondern auch Worte dazu. Drei Bücher habe ich geschrieben. Und ich wähle heute das, das ich als erstes geschrieben habe. 2015 gab es drei Events. Und die geistige Welt hat gesagt, schreib zu allen drei Events jeweils ein Buch. 2016. Ich fand es jetzt nicht besonders schwer, was nicht das Autor sein schmälern soll. Ich habe mir ja selber nicht wirklich was einfallen lassen. Ich habe mich tatsächlich damals, ich meine es wäre vom 1. Januar bis zum 5. Januar gewesen, 2016, ja, wie gesagt, hingesetzt und einfach nur mitgeschrieben, was mir durchgegeben worden ist. Das Lektorieren hinten raus macht jetzt nicht so Spaß, aber das Schreiben selber war in allen drei Fällen für mich einfach. Nebenbei erwähnt, ich glaube, ich könnte kein Roman schreiben. Da dieses komplexe Denken, eine Geschichte verweben. Vielleicht unterschätze ich mich, aber ich glaube, das könnte ich nicht. Das finde ich nämlich wiederum schwer. Das, das fand ich jetzt eine angenehme und leichte Übung. Ja, und es gibt ein Buch über die Hochsensibilität. Mein fast schon eher Favorit, mein zweites Buch, Erkenne deine inneren Ratgeber, weil es einfach so wichtig ist, zu wissen, dass man wieder auf sein Herz hört und bis man das wieder mehr und mehr tut, wer einem da so innerlich alles reinquatscht. Und das erste Buch, das gehörte zum damaligen Event Frau sein Leben. Ein Event nur für Frauen, das haben wir jetzt für 2019 geändert. Aber damals war es ein Event nur für Frauen. Und in der Vorbereitung habe ich mich mit dem Aspekt typisch Frau. Was ist denn so typisch weiblich beschäftigt? Und nur ganz witzig, da konnte ich wirklich einige Dämlichkeiten, wie ich es dann genannt habe, zusammentragen. Die schöne Erfahrung, sowohl im Event, in jedem, als auch bei Amazon, wo ja die Feedbacks zum Buch offen stehen, kommen nur positive Rückmeldungen von Frauen und von Männern. Und einheitlich ist, es ist lustig, es ist hilfreich, es ist frei jeder Belehrung. Damit ist es eben auch wieder lustig und hilfreich. Und darüber freue ich mich sehr, dass wirklich jeder, wie auch im Podcast, für sich das rausnimmt, was ihm gerade gefällt, wie an einem Buffet auch. Vielleicht auch mal was Neues ausprobiert, aber wenn er jetzt weiß, Leber nicht meins, dann lässt er die Leber liegen. Die kann man immer wieder mal probieren, aber grundsätzlich lässt er die liegen. Also diese Freiheitlichkeit, die wird da sehr betont. Übrigens, das Buch kriegst du nicht mehr bei Amazon. Das kriegst du nur noch direkt bei mir. Naja, und jetzt kann ich natürlich zum einen den Event, den neuen Event, Frau sein, Mann bleiben machen. Aber das ändert immer noch nichts, dass ich noch keine Lesung gemacht habe. Ich finde es so fantastisch, wenn da der Autor sitzt und das am Buch vorliest. Und ich mache das jetzt einfach. Ich habe, Frau sei nicht dämlich, sei in deiner Klarheit. Zwölf Dämlichkeiten, die Frauen besser lassen, gerade vor mir liegen. Und ich habe nichts geplant. Ich werde jetzt einfach mal sozusagen mit dem Daumen lesen und gucken, welches Kapitel sich da auftut. Und dann schaue ich mal, ob uns beiden das gefällt. Moment. Das ist das Buch. Guck, nochmal. Also, hör nochmal. Und jetzt mit dem Daumen. Oh, das ist gut. Das ist die Dämlichkeit Nummer zwölf. Also dann. Mich interessiert nicht, wessen Schuld es ist. Vor allem nicht, wenn es meine eigene ist. Dr. Gregory House Ui, schon das zwölfte Kapitel. Das ging ja super. Ich habe auch wieder so viel gelernt, beobachtet, vertieft und mir bewusst, bewusster gemacht. Dank dir. Danke dir. So, gut jetzt. Jetzt geht's zum Thema. Nicht immer, aber bei dieser Nummer interessiert mich die Ursache. Nicht immer, aber manchmal bekommt Frau die Auswirkung erst dann los, wenn klar ist, wo der Kram herkommt. Da ich keine Zeitmaschine habe, kann ich's nicht beweisen, aber spätestens, wenn du meine Meditation über die inneren Ratgeber, Ratio, Ego, Herz verinnerlicht hast, ist dir das eh wurscht. Du brauchst keine Beweise für den Kopf, wenn die Klarheit in deinem Herzen Antwort und Lösung weiß. So einfach ist das. Viel einfacher als das ganze Studienlesen und Technikenlernen Kram. Bleibt eh nix in der Rübe. Das Beweisen, egal. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, halte den Mund, sagte Klopfer aus Bambi, dem Film von Walt Disney. Der Frauen, der Frauen bestellt ist. Sie sind nur eine Kopie in Klammer des Prototypen, nochmal eine Klammer, wodurch jeder weiß, dass der voller Fehler ist. Hiiii, Klammer zu. Geformt von einem unnutzen Körperteil, lediglich zur Fortpflanzung geeignet, ohne Verstand, Lust und Sexualität. Ich habe es jetzt einfach mal eingedampft. Und du bist eingeladen, es so zu hydrieren. Wenn ich stattdessen Befeuchten schreibe, nein, mache ich nicht, lasse ich Ironie in einem ersten Buch, das ist nicht. Man muss nicht alles glauben, was geschrieben steht. Natürlich ebenso gültig für dieses Buch. Wenn es mir nicht zugleich gültig wäre, hätte ich Mühe mit dem Apfel und der Kreuzigungsnummer. All diese Schuld, das ist doch widersinnig und unmenschlich, also nicht gut für den Menschen. Dieses Schuldgeschmarr hält Menschen klein und uniform, egal an wen oder was sie stark glauben. Denn der Duft der Schuld steigt ihnen jeden Schiss lang in die Nase. Irgendwo ist latent immer wer oder was schuldig. Da kommt diese dusselige Falschrichtigdenke her. Auch die hält Menschen nur klein und gleichförmig. Und richtig doof haben es die Frauen erwischt. Diese Ableger frei von Verstand dienen gerade mal der Aufzucht der Jungen, idealerweise Jungen. Wo kämen sonst all die grausamen und entwürdigenden Rituale her, die Frauen in manchen Kulturen als normal über sich ergehen lassen müssen? So alt kann ich gar nicht werden, dass ich das verstehe. Was ist nur mit den Menschen los? Wo sind Liebe, Mitgefühl, Achtsamkeit? Diese drei kämen nie auf solche schwachfugigen Ideen wie Menschen. Ich werde es nicht verändern, nicht mal wenn ich 8.000 Bücher darüber schreibe. Doch vielleicht kann ich Dir Mut und Selbstvertrauen zusprechen, Dich dabei begleiten, Deine Klarheit und Selbstliebe wiederzufinden. Du bist eine Frau und Du bist super. Die Dämlichkeit Nummer zwölf heißt also Schuld oder Schuldig fühlen. Darum darfst Du jetzt aufhören, das schwere Kreuz der permanenten Schuld weiter zu ertragen. Frauen bekommen, auch von Frauen, das finde ich besonders zum Heulen, dass sich schuldig fühlen vererbt. Papa böse, Tochter schuld. Lehrer böse, Schülerin schuld. Freund böse, Freundin schuld. Mann böse, Frau schuld. Herrgott nochmal, was soll die Scheiße? Du machst nicht alles richtig, aber Du kannst auch nichts falsch machen. Zitat von Manuela Starkmann Dieses Zitat darfst Du Dir dreimal täglich auf dem Herzen zergehen lassen. Du bist hier, auf der Erde, in diesem Leben, um zu lernen, Erfahrungen zu machen, Dich weiterzuentwickeln. Du und alle anderen Menschen. Ja, da gibt es auch sehr böse von. Doch ich schreibe für die lieben, gesunden Menschen. Dich. Du machst nichts falsch. Also fühl Dich doch bitte nicht bei jedem Bips schuldig, beziehungsweise gib dafür nicht die Erlaubnis. Niemand kann Dir ein Minderwertigkeitsgefühl aufzwingen, ohne Deine Bereitschaft dazu. Zitat von Eleanor Roosevelt Deine Mutter und Oma haben sich schuldig gefühlt und Dir dieses Gefühl vermittelt? Gerne genommen wird da zum Beispiel der Appell aller, Nein, geh nur Kind, es macht mir nichts aus, alleine zu Hause zu bleiben. Werd wach, werd erwachsen. Das war deren Problem. Ja, hattest Du damals in Deinen Lebensrucksack gesteckt. Wenn's so rum funktioniert, funktioniert's auch andersrum. Nimm den Mist wieder raus. Du bist nicht verpflichtet, auf Appelle und Schuldgefühle der anderen zu reagieren. Es sind ihre. Oder versuchst Du bei zum Beispiel Schuhgröße 38, Deine Füße in 35 zu quetschen? Oh, ich hoffe, das mit den Schuhen war jetzt kein ungünstiges Beispiel. Frauen und Schuhe. Ich fürchte, Männer wie Frauen haben unberechtigte Schuldgefühle in sich. Stopp das jetzt. Vererbe sie nicht weiter. Werde Dir ihrer klar und löse Dich nach und nach davon. Du wirst sehen, wie viel leichter Dein Lebensrucksack und Dein Leben werden. Und genau darum geht es. Ein schönes, leichtes, bereicherndes Leben zu führen. Mit sich in Selbstliebe und Mitgefühl. Für die anderen Lebewesen. Für mindestens Menschen, Tiere und Pflanzen. Schuld ist schwer und zu ertragen. Lass Dir nicht einreden, dass Du an irgendwas schuld bist. Hast Du wirklich was verbockt? Löse es. Klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Liebe und Lösungsorientierung. Alles andere ist das Fördern von Minderwertigkeitsgefühlen. Braucht kein Mensch. Kann weg. Und jedes Mal, wenn Du Dich dabei ertappst, dass Du Dir böse bist, dass Du schlechtes Gewissen hast, dass Du Dich schuldig fühlst, dann sagst Du Dir liebevoll und mitfühlend. Ich bin vollkommen. Jetzt. Weil es ein Buch für Frauen ist, vollkommen bedeutet nicht perfekt, sondern, dass Du zu jeder Zeit so gut bist, wie Du sein kannst. Das beinhaltet natürlich auch Deine Weiterentwicklung, die ebenfalls im jeweiligen Jetzt ist. Also, ich bin vollkommen jetzt. Ende des Kapitels, das lustigerweise auch zu mir gut passt, der Daumen und die geistige Welt, die irren sich einfach nicht. Ich hoffe, das Kapitel hat Dir gefallen oder Du findest Menschen, denen dieses Kapitel dienen kann. Ich denke auch nicht, dass Schuld etwas ist, wo nur Frauen sich schuldig fühlen, aber vielleicht zeigt es sich bei Männern anders. Unabhängig? Danke, dass ich Dir eine kurze Lesung aus meinem Buch geben durfte. Viel Spaß mit dem Impuls und danke fürs Abonnieren vom Podcast. Ich freue mich, wenn Dich das Buch oder auch der Event interessieren. Und ich wünsche Dir alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer, Manuela Starkmann Lebe Deine Klarheit Abonnieren Vielen Dank.